Sendung Geld mit freundlicher Unterstützung von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Willkommen beim Gelten, guten Abend. Wenn Sie durch Ihre Wohnung oder Ihr Haus gehen, sehen Sie viele, die Sie brauchen, aber auch viele Sachen, die Ihnen ans Herz gewachsen sind, weil sie mit Erinnerung an Menschen und schöne Momente verbunden sind. All das zusammen macht am Schluss unseren Hausrat aus. Zum Hausrat gehören letztlich alle Gegenstände, die sich in einer Wohnung oder in einem Haus befinden, also die gesamte Wohnungseinrichtung mit sämtlichen Möbeln, wie Tisch, Sofa oder Bett, aber auch Bilder, Lampen, Spiegel, Teppich, Dekorationsmaterial, ebenso alle Kleider und Schuhe, Vorhänge, elektrische Geräte, Küchengeräte und viel anderes Material. Vorstellung, dass man all diese vielen Sachen durch Feuer, Wasser oder eine andere Katastrophe verlieren könnte, ist ein Albtraum, ebenso ein Einbruch in den eigenen vier Wänden. Schützen vor der finanziellen Folge, davon kann man sich mit einer Hausratversicherung. Ich begrüsse jetzt Sarah Pimenta Gomez, Kundenberatin bei Helvetia Aarau. Über ein Leben hinweg sammeln sich im Hausrat ganz viele Sachen an. Sind die alle mit einer Hausratversicherung geschützt? Man kann sich das so vorstellen, wenn man sein Haus oder seine Wohnung ohne Dach umkehren würde, auch das gehört zu dem Hausrat. Grundsätzlich ist die gesamte Hausrat in der Hausratversicherung gedeckt. Es gibt aber Ausnahmen, wo die Leistungen limitiert sind, wie z.B. Bargeld oder Wertgegenstände wie Uhren oder Schmuck. Das sind also die konkreten Sachen, aber vor was schützt die Hausratversicherung alles? Also sagen wir, die Basis-Hausratversicherung schädt aus folgenden Gefahren aus. Das ist einerseits Feuer, Elementarereignisse wie Hagel, Hochwasser oder Sturm, wie aber auch Diebstahl wie ein Einbruch, ein Wasserschaden aus einem Leitungsbruch. Und es gibt aber auch passende Zusatzversicherungen für andere Gefahren. Sie haben den Diebstahl erwähnt. Sind da mit der Hausratversicherung auch Diebstahl ausserhalb des Haushalts abgesichert? Wenn man beispielsweise auf dem Arbeitsweg oder auf einer Reise ist? Da kommt es auf die Art vom Diebstahl an. Wenn man von der genannten Beraubung spricht, d.h. der Diebstahl mit Anwendung von Gewalt oder einer Androhung, dann ist sie der Basis abgesichert. Aber die Taschendiebstahl oder Dreckdiebstahl sind davon ausgeschlossen. Für das kann man aber eine Diebstahl auswärts zur Versicherung abschliessen. Bargeld ist aber davon ausgeschlossen. Ganz einfach abzuschätzen ist für Privatpersonen, wie viel der eigene Hausrat überhaupt wert ist. Die Zahl ist wichtig, weil man sich beim Abschluss einer Hausratpolizei in der Regel auch entscheiden muss, welche Schadensumme man versichern möchte. Je höher die gewählte Schadensumme ist, desto mehr Prämien zahlt man. Da ist Verlockung gross, dass man nur eine tiefe Schadensumme festlegt. So spart man zwar tatsächlich jedes Jahr einige Franken bei den Prämien. Im Schadenfall kann sich die Ersparnis aber als kontraproduktiv erwiesen, weil nur ein Teil des effektiven Hausrats finanziell vergütet wird. Gibt es eine sinnvolle Daumenregelung zur Schätzung des eigenen Hausrats? Am einfachsten nimmt man die Versicherungssumme anhand eines Rechners, also sprich den Wert der Gegenstände zum Kaufpreis. Das kann man meistens im Internet finden. Oder man nimmt die Hilfe des Versicherungsberaters oder der Beraterin, die einem hilft, die Summe zu definieren. Dabei ist es wichtig, dass man die richtige Summe definieren, dass es dann nicht zu einer Leistungskürzung kommt im Schadenfall und nicht unterversichert ist. Gerade bei Familien ist das sehr wichtig. Das Risiko einer Unterdeckung kann man umgehen, indem man genügend hohe Schadensumme festlegt. Allerdings gibt es je nach persönlichem Lebensstil auch riesige Unterschiede beim Hausrat. In welchen Fällen macht es Sinn, dass man die Zusatzversicherung prüfen? Ja, das ist so. Ich kann gerne ein paar Beispiele geben, die sich die Zusatzversicherung anbieten. Zum einen hat das mit den Hobbys zu tun, wenn man gerne z.B. E-Bike-Tub fahren, Ski fahren oder mit der professionellen Kamera Fotos macht, wie aber auch Wertgegenstände wie Schmuck, Uhren, Designerwaren. Nicht aber nur der Lebensstil ist hier relevant, sondern auch der individuelle Versicherungsbedarf, wo der Versicherungsumfang entsprechenden Einfluss hat. Und da würde sich eine Beratung auf jeden Fall lohnen. Bei Versicherungen gehört man oft den Begriff Neuwert und Zeitwert. Was heisst das genau bei der Hausratversicherung? Die Gegenstände sind zum Neuwert versichert. Das heisst, wenn es da einen Verlust gibt oder einen Totalschaden von einem Gegenstand, wird einfach das Modell ersetzt. Wenn es aber das Modell so auf dem Markt nicht mehr gibt, dann wird einfach ein vergleichbarer Ersatz finanziert. Danke vielmals, Sara Pimenta Gomez. In der Pensionskasse steckt für uns alle ganz viel Geld. Offensichtlich wird das, wenn man den Vorsorgeausweis der Pensionskasse anschaut und sieht, wie viel man in der zweiten Säule mittels Lohnabzüge bereits angespart hat und was man noch alles erwarten kann. Ganz wichtig dabei ist aber auch die Rendite, die auf dem PK Geld erwirtschaftet wird. Darum gehen wir das nächste Mal die Frage an, wie gut eigentlich die Schweizer Pensionskassen arbeiten und wie sie noch mehr Rendite erreichen könnten. Die Details dazu erfahren Sie das nächste Mal wieder hier im Geld. Einen guten Abend. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Und wie ich bin Nachhaltigkeitsfonds. Amt.